ich finde nicht gehört jetzt schon verstärkungsdrucken jede runde kommen muss jetzt nicht sein noch in dem ja ja mal im besseren dings hergegeben und den ja den hier hat naja der nebel er versperrt mir den weg er sagt mir doch da wäre ich gesagt nicht schlecht also der verbindung so stark macht ihr mir einen schaden nicht so viel das war so okay da bitte das hat jetzt ein bisschen schilliger sein ja ja mal selbst mit all dem sie hat noch eine ziemlich nervigen map aus aber schauen ach sie hat ihn hochgehalten ok stimmt ich war jetzt einfach bis hier eure proaktiv stehen weil er verballert schon wieder etwas extra schaden die buch steht die bruchstäbe können auch nicht verballern aber warum steht mir da wenn ihr die ganze zeit getroffen wird leute entschuldige was man was nicht gekonnt hat nach dem bruch du hast ihn gebrochen damit 33 prozent trifft er mich ja einige gegner scheinen aber noch relativ stationär zu sein warum so einzug mal keine verstärkung so cool ja und ihr von ob immer mehr da wird ein schwarz du hast nicht so viele starbungen 30 ich kann ja irgendwie nur mit dings reingehen die meiste zeit er kann ich ja nicht john hier die ganzen kills geben man er macht ihn so wie kein schaden macht einen schaden ich kann noch nicht schon die ganzen kills hier geben weil er könnte potenziell starkste charakter hier sein aber so der elf nicht den kann ich eigentlich online locken da könnt ihr auch platz machen was da unten nach der macht auch kein schaden gegen ihn da ist er kann sich jetzt hier um alle kümmern perfekt der greifen ritter der gleiche genossen damit ein schlag weg gepustet durch elfenwind also ich kann ihn hier irgendwie in locken aber nicht kann ich nicht ich habe nur fliegende einheiten macht sie plat wenn ein paar kritten würde da wäre nicht schlecht ich frage und ich soll bekommen das kind ist schon wie sie vor figur 1 schlecht das hat schon alle meine heilige benutzt verdammt und achten wir wieder aber da komme ich da jetzt schon wieder nicht rein haben wir hatten ja schon wieder fast voll und 25 da ist einfach nicht fair die typen so viel schaden machen weil solche hingegen machen doch in aller benutzen aber ich habe mich ja da denke aber was im glatt aber da muss ich aber hart mich darauf verlassen ja ausweichen zu können da mag ich irgendwie nicht nicht echt darauf hoffen jetzt hier 100 177 ich bin hier wieder gefangen cool aber ich gerade die beste okay da muss jetzt irgendwie okay warte mal wenn ich da drin bin dann dürfte er mich doch ganz treffen okay ich glaube ich habe 100 und ich muss ja verstärkt und einpacken okay kannst du mir gefallen schon auf sie losgehen wahrscheinlich nicht mehr also hat so probleme in einem magier in der ganzen gruppe ist schon als sie erfahrer sie hat irgendwie so schild und es hat noch mal nehmach gott und ich kann ich konnte an kohle so reden los natürlich mit drei prozenten aber auch vielleicht der eine typisch treffen werde vier prozent und ich gab sogar zweimal an okay das ging aber gut aber nein aber das kann ich mich wieder bewegen gerne sturm baut sich auf passen weil so rein ist ja an wind war gerne gott der kommt auch noch da haben wir es jetzt keine lust mehr da ich glaube nicht gerade hat nein hör auf da bringt doch jetzt sowieso nichts der zug ist vorbei musst du da eigentlich und da kommen noch mehr verstärkungen so kann ich ihn wortwörtlich hier drin lassen es gibt ja schaden wenn ich dich erleben war ich nicht du machst 42 schaden aber machen wir als letztes so hier tut sich hier ist ehrlich gesagt auch ein bisschen angenehmer langsam ich muss mal mit einigen von anderen leute hier töten mal wenn ich dich als erstes andere muss zehn schaden da habe ich dich als erstes an du machst mir neue schaden warte mal das muss das muss ja ausgerechnet werden kurz was kann schaden du machst keinen schaden du meinst keinen schaden warte du machst schaden warte du machst schaden das waren es du machst vier schaden er macht nur schaden du machst den schaden das heißt wenn ich auf dich losgehen ich gehe auf dich los du weißt mich gleich an aber ich greife dich als erstes an das ist eigentlich überleben dann jetzt da kann ich nichts machen da war nicht so gut ich brauche das ein nebel er hat weicher kann jetzt tanzen wieder kann ich da rein gehen die erledigen in der mitte erreichen ist gar nicht aber ich brauche ihn ja naja ich muss hier drin bleiben mit ihnen oder stahlgroßachs und der treffer nicht wegen tanze hin nach dem ein ja ja naja ist ja eine menge leute aber es glaube ich okay er hat gesagt stirbt man könnte ja viel besser laufen habe ich sorgt für aber man soll machen dann gehst du in jana los ich kann eigentlich hier reingehen und den angreifen und wenn ich dann leicht tanze dann kann ich mir daraus bewegen okay noch mal so ja wenn ich mir reicht leider nichts gott mich ein bisschen an gerade aber aber Oh, Gott. Oh, nein, wir haben ja getanzt. das war ja für erfahrungspunkt und sohne jetzt war für alle tanzen der wieder so wieder refresht der lager fokus wäre eigentlich auch nicht schlecht so ist immer wieder alle versteckt da ich schon wieder bei einem fehler gemacht habe ich so so solange wir nicht hier getroffen werden wie blöde dürfte hat machbar sein jetzt überleben au ja du hast irgendwie sehr blöde platziert wenn du schon 100 die sich bewegen die ganze zeit getroffen werden ob gott alle werden getroffen aus hat ja sehr gut ich hoffe er überlebt er sollte jetzt eigentlich überleben aber daneben cool bald werden euch die ressourcen ausgeben dann komme ich möchte ich gerade er macht erstmal alles da auf der seite hat oh ja das wagen okay man habe ich gar nicht lang gedacht dass sie ihn hochheilen können auch noch gibt es einfach nicht mal das müssen leicht die einen typen kommen und erst weg okay aber ich mache die fertig bevor wir machen okay dabei groß waffen tut trotzdem immer noch ich als erster an greifen ich verstehe nicht so bitte jetzt mach kein ist oh mein gott okay gegner werden langsam weniger der nebel wird mehr aber kein ding schauen wir schon ja ich werde nämlich sehr ich werde mich hier kurz nichts dagegen hast ne ich habe ich immer vielleicht habe ich ja noch jemand anderen in kürze zu gehen zu zu geben aber ich glaube nicht was hat hänsehä ja 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 ich glaube sie wird trotzdem er wird trotzdem den kürtigen das tanzen wir mal kurz wenn man den letzten typen auch noch das leben ausquetschen ja sehr gut okay die seite ist erledigt warum bist du eigentlich noch da wer kann sich denn den davor knüpfen das mit dir ihn habe ich als möglich gegeben das war kann axt jetzt ach den kann ich hier im platzieren mit auch an ax so ein paar schon ganz langsam an all die leute heran muss sagen und war ich in dem feuer aus er hat auf uns herr nieder hagelt dann irgendwann in fünf stunden wenn wir diese kapitel schon abgeschlossen haben oder habe ich nicht gedacht verdammt und schon habe ich wieder als erstes bewegt hat heißt der spieler gebrochen ich bin mir ziemlich sicher gegner können nicht erledigt werden durch solchen angriffen jetzt schon wieder den zog sachen oder mister es kommt ja schon wieder leute natürlich wäre der erste nicht bewegt ja oh mein Gott ich vergesse nicht hoch zu ein boah ich stehe doch gar nicht darauf so hat dann hier war ich auch nicht kaputt ich habe auch immer die charakter sich als erstes bewegen da so hat sich den ganzen zug immer schön neu machen gerne so habe ich ja mit allen der sofort an ich mache jetzt mit euch dann ja aus da warten wir lieber es ist ja schön ein thema im hintergrund das alles für ein emblem das ich sowieso nicht benutzen werde in dlc was hat kapitel 17 macht mir immer noch sichtschriften daneben ihn trifft er ist im nebel hier wird trotzdem getroffen wenn man eine pause aber irgendwann wird denen die vor tipps ausgehen also aber ich nehme an so ein bewegts irgendwann das war mein pferdchen geschlagen ein mann kommt schon ja ich sehe schon wie länger dauert es so wie soll ich das sonst machen okay ich werde nicht erledigen können was auf doch für den soll erledigt glaube ich so wollte ich erledigt wird ja fertig und dann nach hause gehen mich da links du hast es schnell wie möglich auch helfen kannst so du hast schön geschwächt naja was hat hier das was ich gerade machen kann ich würde dir gerne ich würde jemanden mir gerne den kill geben wenn nur einer kommt und wir schon ausnutzen so die ok maxi doppelt aber leider nicht hatte ich ein bisschen kack wir nicht greift als zweites an ehrlich ich weiß jetzt nicht mehr hier die friktur typen waren ich habe immer noch drei fraktur fünf fraktur er kommt da wo schütze du machst mir schaden ich gebe es da nicht aber sie könnte wahrscheinlich sie können mit dem rap hier eingehen hat mein sonnenbrug hey guck mal hier was ja schönes habe mein magischer boden ich war dagegen zu locken oder mit dem starbogen richtig dabei rein platzieren ohne hat du stirbst 15 ich glaube sie macht ihn so auffällig ich habe 38 oh ja noch mal hier mit dem beruf bei lieber da mit dem tom auch genau ich habe ja dem tom auch gegeben dann schleichen wir uns ganz langsam nachher wird ihm wahrscheinlich jetzt wieder brechen steht dem geschlecht hat datei hier vielleicht gehen ja eher auf ihn los weil er noch weniger resistenz hat so kommen die gegen so eine ganze zeit rein nur einige von euch sollten sich endlich mal bewegen die los okay gut es kommt ja noch mit mönchen er warte mal wir tun ihren protekten wir haben dann nicht voller ap schaden ignoriert entschuldiger war es dann für ein krepp er kommt immer mehr neben dem mann ist ja alles volle ich komme ich hier nirgends ich sehe gerade tank der resistenz aber hat er in so weit wo habt ihr den herr gehen wir mit trink rein ich krieg zu viel nach hauskämpfer du hast elfenwind nach hauskämpfer wir schon in ordnung ich möchte ihn hier sogar rein und da noch ah hatte man dort sonst keine magenschwaffe ne was ein rittertot und schwer der typ hat elfenwinter unten aber du hast du hast keinen schaden von mir wieder angegriffen das ist der elfen bin ich jetzt ist gar nicht bewegen cool da machen wir dem so ja 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 die gegner sind nicht so stark ich kann es ja ich sagen aber mein gott ist hier nervig dieses kapitel ist nerviger als andere die anzahl natürlich wieder natürlich nicht fehlen ok da finde ich echt nicht cool was hat für ein mist haha ich habe mir einen schaden wenn ich mal echt irgendwie nicht cool gerade doch ich hoffe da weiß ich ein fehler ich glaube ein fehler nicht wenn ich in der verteidigung hör auf mit dem ist einfach mal zufällig kann er irgendwie weniger schaden nehmen oder gar keinen schaden bin ich gar nicht lustig ja eigentlich in sicherheit glaube ich aber ich kann verreichen ich glaube er hat auch noch was lahm ist so wie keine ahnung kann sich selbst heilen oder so naja war irgendwie der effekt von priester sage ich muss ihn aus dem weg räumen da bleib du mal da damit irgendwie fraktur irgendwie abbekommen kannst du ja so keine ahnung und da wird es getroffen aber du bist getroffen kannst nichts dagegen machen ach er hat schon wieder aktiviert also weil dämlich waren die ganze zeit wird schon angegriffen werden denn ich konnte dann kann da kommt ein wolf typ so ich gehe jetzt gleich rein und macht die ganzen peter da ich schaue die ich habe die ganzen peter gleich windelweich nahe ist gut waren aha nein nein ist jetzt langsam gut mit den ganzen bestärkungsgruppen schon langsam echt nicht mehr kugel ich hätte gleich rein und macht die alle kaputte aber kann ich nicht werden wir verteidigen und resistenz keiner da warst du 27 x 2 was man ein necks necks ich gar nicht gespielt kollege geschäftigkeit plus 2 er seinen 5000 tonnen schweren selber land sie ja vielleicht bisschen bewegen nein wirklich so einer will auch chris das ist auch dich ja nicht mal entwicklen das ist nicht schön sind die nicht traumhaft schön so was so wenn die alle auf mich losgehen 27 da kann ich nicht machen naja war ja so klar ja ich kann mich da auch nicht vorbei bewegen ich kann mich jetzt wegen dem blöden db in links zu bewegen so blöd einige von dem bewegen sich einige von dem bewegen sich nicht weiß gar nicht was hier losgehen soll ich kann mich schon wieder nur john da rein schicken man ich kann mich schon wieder nur john da rein schicken man ich 34 ads 0 ja 100 und gesehen hose ос nein kann schon leider war man es ist der einzige das bewegt gerne aber tun die irgendwie bevorzugen zu brechen oder zu zu töten ist die frage ich habe einfach keinen platz ich hätte vielleicht aufteilen sollen weil ich will ja auch bei den schwächeren leuten ja kids gehen wir aber die kommen nicht dazu kann ich auch nicht ein bewegen weil dann kommen sie alle ja viel los ich weiß nicht ob wir überleben und noch einer und noch einer so er bricht schon mal aber er konnte sich so nicht habe ich die leute gebrochen die sowieso nichts machen konnten die elfen donner weg da wird da kommen jetzt auch noch leute ich mag die position nicht in der wir sich in der monster befinden wenn ich jetzt da reingehen würde würde ich die alle erledigen helfen recht ich kriege die aber nicht alle dauern außer ich tanze da versuchen da reinzustellen ich versuche es einfach reinzugehen und die alle zu töten ja schon gut gehen so hatte ich mal mal platt funktioniert jetzt ich habe zwei tänzer und ich traue mich auch sie zu benutzen da geht oder reihe macht irgendjemanden platt ich frage dich mal hier gleich klappt das mal schauen so da wird es nicht so bringen obwohl mitten reisen durch sich stark wie geht auch leis abgehaltung denn ich glaube mein schwein pfeift man trifft mich von da so ein stahlschwert dass mir keinen schaden macht das war leicht getroffen von dem ding aber was soll gesehen wie schnell er sich bewegt hat ich glaube aber hat wird nichts also wenn ich den weg hier blockier das war genau zwei stehen ja nicht gleich für ihn tanzen da kann er noch mal für jemanden tanzen so wie machst du platt irgendjemand der sich bewegen kann am besten einer nach der mann knöpfe und hier vor aber kein schaden kollege ok funktioniert irgendwie ja man glaubt es kaum aber so du hast abbehaltung aber da bringt es leider nicht so kommen wir hier schuldig war es bei der nebengaben ich glaube das wird aber nicht funktionieren so ganz knapp so da machen wir den ja dann fangen wir an zu tanzen aber sehr gut level 7 war nicht schlecht das sollte helfen so jetzt kann er noch mal tanzen ist er ja stahlschwert 29 so was ihm platte diamant müsste eigentlich den einen darunter legen können hat klappt sogar jetzt kann ich aber nicht mit der mann tanzen oder erreicht den von unten nach heim so ganz knapp bereich denke ich 15 entschuldigen wieso bist du ihn am doppel wir sind dann auch aber passiert so erwart manche noch für ihn tanzen oh ja und wie ich das kann dafür ihn alle in reichweite ist klar das war für meinen tänzer noch mal tanzen das ist so da rein auch sie mit einschlag kaputt und sagt wenn man es hier um gekümmert geht natürlich jetzt schon gut geschrieben oh ja aber mein gott wir haben es irgendwie geschafft hier durchzukommen da hat mich auf der blöde feuer hier über achten so du musst schnell hier jetzt hier sogar als verbrannter boden mit ziemlich sicher überlebt hat aber ich habe dann auch schaden bekommen es hat aber gut gehen oder jetzt kein mist okay es ist ja wegen sich wahrscheinlich alle weil ich die typen damit erledigt habe ne wenn wir jetzt echt den tag versauern hier würde sagt mir einige leute sind noch okay wegen sich nicht alle aber bewegt sich niemand cool so natürlich hat es mir magier jetzt hierhin bewegt ne damit und er hat der stahl großlands ist ja wieder klar man ich habe nicht ganz still ich hier warten können so aber einen moment bitte aber der magier reicht es nicht ne ich habe ich den erledigen krieg gekriegt ob ich den jahre ich krieg mein gott aber der ist gerade super nervt platziert ne wenn er mich trifft ne irgendwann muss natürlich immer sein ne ich darf mich bestimmt von da du hast kein elfen bin oder nein leider reicht das nicht wohnen und rauch aber ich krieg davon kein schaden hm 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 ich weiß also blöden typen sind jetzt so ungünstig positioniert ne ich könnte kotzen ne wie kann so wie kann so viele sachen ja ja ich mache nicht 25 schaden leider da war ich gegen den typen da gibt es jetzt einfach nicht mal ne ich muss ich muss sehen wir machen ich schaffe jetzt nicht dazu überleben so was haben wir ihn aber noch ja ne irgendwas muss ja immer sein so ich greife als erstes an wenn du damit auf sich los geht das heißt heißt du dürftest mich eigentlich gar nicht angreifen können oder treffen können so funktioniert hat doch oder schwer wenn ich gleich hier verreckt ne 26 war was so eine verteilung hat jetzt was ich bräuchte eine multireilung hier ja die kapelle wären so viel schwieriger gegen ende nein das gibt es jetzt nicht da ist jetzt nicht gut so kann ich ja noch so kann ich ja noch ein tänzer reales regeln kann ja 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 genau auch noch schaden habe ich ganz vergessen die war kommt irgendwie auch nicht dazu irgendwo zu machen in diesem kapitel da müssen wir den hier machen und reicht alle so machen wir nicht von ihm na 26 wird es ja schaden kommt noch vor der runde vor die sich bewegen oder ist auch nicht so toll ist sehr gut ich mal wieder verteidigung gegen selbst sein hey jetzt kann er sich selbst sein das krieg ist bei der schaden als also wie er plant jetzt ich habe die situation ganz vergessen was passiert jetzt ich meine abwehr bekommen mache ich hinter eigentlich 50 prozent oder so bin ja ich glaube aber wir haben es jetzt sagen dann bald aber niemand anders bewegt sich gehört keine verstärkung zum kopf martin ja bist du ist ja auch mal zu tun gehen wir wissen sie überhaupt da vor weit entfernt ja nicht wissen wie ich ging es so in ihr gleich anstinken soll nach wie zu den dauernd perfekt sie auch mal ihren kill abgestaut langsamer sicher ich meinte hier gelöst so ach hätte ich wieder hochgehalten okay wo soll ich mich mehr noch umbewegen ich komme ja nirgends noch mal durch naja ich bin so gefühlt geschicklichkeit ist die der welt wunder wirken wirst du helfen mit natürlich hast du helfen wenn von allen verdammten zaubern obwohl da bin es eigentlich nicht weil und er ist gleich wieder schaden da hast du da gemacht so was aber durch mal um mich herum ich muss euch alle unterricht ich muss euch alle in den unterricht einer ich kann dann direkt aufhören sehr gut ich kann mich hin zum bewegen naja er kann sich ja selber ein verdammt so eine handvoll von gegnern sind übrig ich war auch noch vielleicht beim nebel sind kann uns ja sonst hat feuer nicht erwischen da sind zwei gegner die noch auf uns zu rennen ich sehe aber da unten bei sollen bild sich nichts so feuer mäßig da kann ich nicht auf 8 hp runter hauen ja aber ich kann nicht töten das problem ist sehr schlechtes timing gerade man noch keine zeit für soweit jetzt okay dann war dein ding mal auf nämlich an da stehst da kann ich nicht da stehen lassen dass ich beinahe stehen lassen stahl an zu 32 ja kann ich sogar ausnahmsweise war so ich würde gerne da weg gehen kann eigentlich von meiner heiler hochlevel das ist ja einfach die ganze zeit an diesen dingern hier sich verletzen und dann habe ich die ganze zeit hoch stimmt vor die strategie volle kompeten und auch da extra 29 da ich doppelige nahe genau 22 angst kraft ich würde gerne aber anlocken haben wir die auch schon aus dem weg ich würde gerne nicht mit ihm erledigen so ich möchte mit dich anlocken 19 34 nähe das war man schon ja ich sagen dann haben wir die gleich mit alfreds und mein haupt main dude hier weg ich bin auch blöd ich kann ja eigentlich reingehen solange ich nicht getroffen werde so hier trifft mich anscheinend niemanden wenn ich durch okay so acht ihn habe ich vergessen aber es heißt okay das war gut aber man kann doch nicht sterben da wären wir gute erfahrungspunkte für chloe oder gut schon schluss da meine an warum bewegen die sich nicht wie wir jetzt hier nicht auf den herzen natürlich nur wenn ich bei der reichweite schick aber vielleicht sehen aber spinne hier säcke bitte da jetzt kommt der fähig sehen der verteidigung ich packe sogar in ihr ein und ihn vielleicht noch nicht da macht sich um den kann ich sagen wir laden mal hin auf sehr cool ähnlich cool ist tot und jetzt kann sie ihn sicher angreifen ohne zu verrägern okay dann kriegen wir ja alle auf level 20 mein gott sieht es echt nicht gut bis jetzt ich weiß sie bekommt gleich wieder schaden aber ich habe 2000 gold bekommen kann ich wieder ausgeben okay so sind da noch naja ich muss ja noch so ein aufpassen da kann ja noch 80 milliarden kilometer mich abschließen wie solchen daran ankommen jetzt kommt da ich schlag dich die mera ist ein weiter sie werden langspiel ausgerüstet jetzt aber nicht sagen hat sich bewegt wenn wenn der jetzt mit seinen langstrecken zauber bewegt dann krieg ich ein anfall